So, ähm, Alpha auf der Map, markiert Abruf herabend, habt ihr das alle gesehen, dort werden wir jetzt vorgeln. Verstanden. Jupp. Ohne... Ohne... Ich würde jetzt keine neue Nummerierung machen, irgendwie MG, wer ist das MG? Zwei Stück, Rayman und Benny Goodman. Gut, Rayman, dann nach vorne, äh, Benny nach hinten. Verstanden. Beziehungsweise nein, rechts und links, ich bin, ich bin Sanni. Zu dritt, zu dritt, drei. Äh, rechts und links irgendwie und wir, wir drei in der Mitte. Benny, ich rechts. Wunderbar. Ja, Nummerierung. Ja? Ähm, ja, Rayman ist die Eins, Benny ist die Drei, Pablo Luiz. Rücken bis die Zwei und Rücken bis die Vier. Ja. Äh, Drei richtig verstanden? Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, vorwärts Marsch. Ähm, Bobcat, so rücken ab. So verstanden. Ja, gut. Raimann, go. Äh, Timmer, wir rücken jetzt ab. Eins geht. Bravo, äh, Alfa für Charlie, komm. Charlie, komm. Ja, wir rücken ab, weil Statuswechsel, auch grün, komm. macht die mütze information vorher status grün auf erkannten vorhanden äh, am besten erstellen sich noch ein eigener Begriff Bobcat, nachrücken Bobcat rücklassen Rutscht Rutsch? Hier Wo ist unser 1? Hier Ah, boah, voll übersehen Na ja, am Hügel können wir nur aufrecht laufen Dann kommt es kein Hügel an Erst werden wir den Hügel runter laufen Gut, dann Ja Jungs, äh, von Deckung zu Deckung Maschinen, wird halt jetzt von kleinen Steinmauern zum Steinmauern und dann rein in den Kompon, ok? So, und mal wieder auf, auf laut stellen Ja Raymond, du wirst die Einzler vorbrüht, nicht erster Mann machen Ach, man Ich weiß, dass das... Ätzend ist das Ja, du solltest kein Sunny mehr sein Das nächste Mal wirst du Stepp als AT-Schütze Äh, der trenns toll Hehehe Den kannst du nicht punkten Gut, wie hältst du das eigentlich, ähm, bei deinem Team? Hältst du dich als Gruppenführer immer aus der Formation raus oder nicht? Äh, als Gruppenführer normalerweise hinten, dass ich halt die Gruppe, äh, überschaue, äh, links und rechts gucken kann irgendwie, dass ich nicht nochmal wie schon mal passiert in so'n, mit offenen Augen in so'n Hinterhalt rein renne Ja, ich meine jetzt eher auch von der Zahlenreihenfolge Von der Zahlenreihenfolge bin ich immer ganz raus Ok, gut Weil sonst würde das nur verwirren Ja, also nächste Deckung Das sind keine Buddy-Teams So, die Gegner auf der Bahn sind auf jeden Fall schon ausgeschaltet, so wie ich das gerade gesehen hab Gut, wenn theoretisch könnte Timmy in Squad Bravo in dem Fall jetzt machen und vielleicht, ähm, Short Funke auch, ob die wird sich noch gehen Sekundären Channel Äh, ja, äh, Timmy, könntest du bitte Short Range einen sekundären Channel auf die 40 legen, komm Und dann sollen einen eigenen Truppe schnell aufmachen, das geht ja schweigs Ähm, dritt Ende und machen, mach, mach, mach mal da einen eigenen Truppe auf Gut, wir rücken weiter vor, würde ich sagen Vorrücken Da ist es, es ist echt auf einen Schlag so viel geworden Ja Ja, und der Timmy, der ist ein Fähig So verstanden, einfach verstanden Ja sind wir Vielen Dank. Ich versuch vielleicht noch ein Stück hinter uns zu finden bleiben. Hast du was? Nö, nö, ich sicher nur. Gut. Geil, wir machen das am besten so. Alpha für alle, komm. Alpha marschiert jetzt aufs Flugfeld. So versch... Positiv, ihr seid bravo. Ende. Gut. Also, wir nehmen links vor uns. Wir nehmen links vor uns die nächste Mauer. Randa. Bobcat aufschließen. Bobcat schließt auf. Vielen Dank. Gut, dann zur nächsten Deckung. Benni und Don, wir geben euch dann von der nächsten Deckung aus Deckung und ihr lauft dann an das erste Gebäude links ran, sichert es und dann rücken wir nach. Ist es mit? Verstanden. Dann Vorrücken zur nächsten Deckung. Benni und Don, rein da. Jo, ist die jetzt? Sicher. Gut, rücken nach. Don, Benni, dann ins Schulgebäude vorrücken. Drücke vor. Bobcat rücken nach. Jo, Bobcat aufschließen. Bobcat, wurdet ihr getroffen? Komm. Bobcat wurde nicht getroffen. Rayman, Brut, kommt mit, wir gehen gleich ins nächste Gebäude rein. Gut, wenn wir gut sein, sind wir auch. Gang sicher. Gut, wenn wir gut sein. So. Weiter. Gut, wenn wir gut sein. Bobcat steht und Bobcat Crew sitzt ab. Gut, dann ins linke Gebäude von euch aus. Sofaschernel. Gebäude leer. Sofaschernel. 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 Kid? Sofaschernel. Körst du mich? Sofaschernel. Teck mal sicher? Ich muss weg. Krebs. smooth, Krieg, derivative, Ja. Tschüss! Ciao! Ich bin ruhiger Kirche, ich bin sicher. Michael, du bist dieauderend 5, runnersse Bu forwardingend in 6. User disconnected from your channel. Sicher die Gebäude, macht unten die Türen zu. Ja, oben am Auto. So, und wir stellen uns dann oben auf. Sicherer. Ey, wo sind denn die Feinde hin, die vorhin links waren? Also jetzt hier durch dieses Fenster durch quasi. Ja, genau. Sind jeden? Tod, wahrscheinlich. Na, glaube ich nicht. Also die Feinde auf dem Rollfeld, die sind auf jeden Fall von Impfe weggemacht worden, aber... Gut. Raymond? Ja? Du nimmst die Türen bitte gerade durch. User joined your channel. Hi Benny. Ja. Und, hä, warst du nicht im anderen Gebäude mit dann? Ne, wir sind rüber gekommen. Das Gebäude war leer. Ja gut, dann geht wieder rüber zu Voodoo. Äh, Voodoo war rüber. Ihr macht das drittes Gebäude drüben und stellt euch im Oberhornstock auf. Alles klar. Gut, du bist für die Treppe zuständig. Ja. Du bist für die Treppe zuständig. Für sichern nicht. Ja. Und gut. Gut, dann kann man eigentlich die Pop-Cat anfangen zu clear, ne? Na, negativ. Haben den Zielbereich jetzt eingenommen, haben aber auch keinen Hinweis anfang. Der T-WF, da müsst ihr nur aufpassen, dass er nicht mit der Rückstation uns zerfetzt. Ich geh mal in einen anderen Raum rein. Am besten ihr geht hier ins Eckz. Ins Eckzimmer, macht ihr bessere Wirkungs-Gral. Ja, ich bin eben was an, ich halte mich lieber was zurück. Ich muss mich dann eh gucken, wo ich dann in welchen Raum ich gehe. Ich mach hier oben nur ein paar Räume auf, dass ich nachher nicht so lange brauche für die... Mhm. Ja. Ja. Untere Tür ist wieder geschlossen. Hier wird geschossen. Glaub, das ist unser AT-Squad, ne? Gute Frage. Hallo. Hallo. Kann ich mich nicht? Umfragen bitte wiederholen, komm. Wir sind Alpha. Da ist der Berg, wo wir oben gerade waren, und dann ist noch brauche, dass wir jetzt keine Worte. Hatte, als LMG hat man eigentlich null Ausdauer. Schreib mich mal als AT, Mann. Aber ich krieg auch die anderen. Wenn ich einen Sunny-Ausstatt kriege, ey, ich habe jedes Mal einen Super-Bug, Mann. Es ist dann richtig. Ja.